Heute geht es um Android, um Exchange und um eine nicht ganz so schlaue Aktion. Hallo, hier ist der Tim von Gidata. IT-Sicherheit ist normalerweise immer so ein bisschen ein bierernstes Thema. Aber zwischen all der Ernsthaftigkeit gibt es zwischendurch auch immer mal wieder Ereignisse, die einen zumindest so ein bisschen schmunzeln lassen. Ein solches Ereignis bestand in einem Angriff auf ein Unternehmen, das Luxusschmuck herstellt. Und wie es in solchen Unternehmen üblich ist, liegen da natürlich Dinge wie irgendwelche Edelsteine oder Edelmetalle nicht einfach offen irgendwo rum, sodass jeder reinlaufen und sich bedienen kann. Die Sachen sind alle in einem entsprechenden Tresorraum untergebracht. Diese Tresorräume sind im Allgemeinen relativ gut gesichert. In diesem Fall gehörte auch ein Fingerabdruckleser mit dazu. Dem Sicherheitsteam ist aufgefallen, dass einer dieser Fingerabdruckleser ungewöhnliche Aktivitäten entfaltet hat. Der Angreifer hat es zunächst geschafft, sich Zugriff auf das Netzwerk zu verschaffen. Soweit, so gut. Was Angreifer häufig ebenfalls machen, ist, sich selber eine Hintertür offen halten, um vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal vorbeizuschauen. Die meisten legen sich dann zum Beispiel einen eigenen Benutzeraccount an oder benutzen ganz einfach Zugangsdaten, die sie auf anderem Wege erbeutet haben. In diesem Fall wollte der Angreifer sicherstellen, dass er Zutritt zu einem dieser Tresorräume hat. Was er genau damit wollte, können wir uns wahrscheinlich denken. Diese Sensoren müssen natürlich Fingerabdrücke entsprechend speichern und verarbeiten, um herauszufinden, ob derjenige, der seinen Daumen jetzt gerade auf das Lesegerät legt, auch tatsächlich zugriffsberechtigt ist. Um Zugriff auf den entsprechenden Tresorraum zu bekommen, muss natürlich ein Fingerabdruck eingelesen und einem Benutzerkonto zugeordnet werden. Und dieser Täter wollte ganz besonders schlau sein und sich seinen eigenen Zugang verschaffen. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat seinen eigenen Fingerabdruck in das System geladen und mit einem Benutzerkonto verknüpft. Das wäre in etwa so, als würde man bei einer Polizeivernehmung sagen, ja wissen Sie, den Schmuck kann derjenige überhaupt nicht geklaut haben, das war ich nämlich. Kann man machen, ist nur nicht besonders schlau. Moving on. Auf jeden Fall hatten die Strafverfolgungsbehörden keinerlei Schwierigkeiten, diesen Angriff auch einer ganz bestimmten Person zuzuordnen, der auch hinterher die Tat nachgewiesen werden konnte. Wer einen Microsoft Exchange Server betreibt, der sollte im Moment sehr genau nachschauen, ob auch wirklich alle Updates installiert sind. Denn bereits im Februar wurden einige Updates veröffentlicht, die eine Sicherheitslücke schließen, welche es einem Angreifer ermöglicht, ein System vollständig durchzukompromittieren. Da sind im Moment noch diverse Unternehmen in Deutschland betroffen. Da reden wir über eine fünfstellige Anzahl. Und ganz viele von diesen Systemen sind immer noch ungepatcht. Das geht so weit, dass das BSI die betroffenen Unternehmen teilweise auch schon kontaktiert und auf den Missstand aufmerksam macht. Das heißt, wenn ihr im Moment irgendwo einen Exchange Server stehen habt, prüft einmal ganz genau, ob die Februar Updates auch tatsächlich eingespielt sind. Schadsoftware für Android ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Das gehört mittlerweile zum ganz normalen Alltagsgeschehen. Und Google tut auch einiges dafür, dass keine Schadsoftware im offiziellen Play Store landet. Da gibt es ein entsprechendes Programm für, das zum Beispiel automatisiert alle Uploads in den Play Store auf Schadsoftware überprüft. Aber natürlich rutscht auch da immer wieder mal was durch. Und so sollte jeder mal genau hinschauen, was auf dem eigenen Telefon so passiert. Eine Schadsoftware, die im Moment ganz besonders von sich reden macht, nennt sich Joker. Diese Schadsoftware ist auf diversen Apps im offiziellen Play Store von Google vorhanden. Und wer diese Apps installiert hat, der sollte auf jeden Fall zusehen, dass die Apps vom eigenen Gerät ganz schnell verschwinden. Wenn du jederzeit Bescheid bekommen möchtest, wenn es ein neues Video von GEDATA gibt, dann klick einfach hier auf den Abonnieren-Button, dann unten auf die kleine Glocke und du bekommst sofort eine Benachrichtigung, wenn es was Neues gibt. Soweit von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.